Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu A Way Out mit der guten Nieke und mir, der Chrissy. Wir suchen den Hosenscheißer von Chrissy. Hey Vincent, I found the maternity ward. We need to take the elevator. Also nach links. Den Aufzug benutzen. Ja, eigentlich die Treppen benutzen. Ich bin doch schon drin, was möchtest du? Wenn er nichts macht, machen wir auch nichts. Wieso willst du über Traumfaust? Weiß ich nicht, ich bin aggressiv. Ausreden oder K.O. schlagen. Okay. Ich bin kranker aus. Sonst fühlst du sie auch. Ja. Ich bin hier sehr. Ich habe diesen Gehirn. Die Doktorze können... Okay. Ich verstehe was, aber... Ich weiß nicht, ob du dich überraschst. Ich denke, es ist schrecklich. Es ist okay. All right. Ah, das ist mein Schlauch. Also fühlst du sie. All right. Ja. Ah, wie geil. Ah. Sie macht einen Aufschwerk krank. Ah. 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 Wir müssen links. Ah. 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 Wir können mit Trollschulen spielen. Ah. Nein, wir haben keine Zeit für sowas leider. Ah. 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 mal ja doch das müsste das sein oder da müssen wir da hinten hallo ja im moment ich quatsch mit einer schwangeren ich wollte sie überzeugen dass es ein junger wird glaubt ihr war so gut oh ja ich weiß ja okay i'm fine und ist die kalt vince what are you doing here she's my daughter too this is leo it's nice to meet you man yeah baby girl huh i'll leave you guys alone i'll be waiting outside yeah and uh congrats by the way ah nicht komische stimme can i hold her okay okay perfect what the come on you piece of shit work 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 what the want to get to go and we'll get to do the dragon house hey 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 she's so beautiful she is she is Das ist ein Gehirg. Das ist so schlecht! Ich weiß nicht, dass du dich verletzt hast. Du hast das immer gesagt, aber du hast dich verletzt. Ich kann das nicht leben. Ich werde das nicht passieren lassen. Ich versuche. Du musst mir glauben, Carol. Doch. Was stellst du jetzt wieder an? Nichts. Hm. Gelesi, wir bekommen Besuch. Ich dachte, da kommen jetzt die Scharfschützen zu. Sag doch, wie Helden der einen ausschalten sollen. Nein. Ich glaube eher die Krankenschwester war das. Bei uns das Fenster. Wenns geht. Nicht wahr. Licht auf Rennen. Toll. Wieso rennt er hoch? Wieso nicht runter? Genau deswegen. Bin ich nur hängen geblieben. Hm. Au. Lieber runter. Nicht hoch. Ich muss hoch. Warum muss ich hoch? Er will so unten in die Horde der Polizisten reinlaufen, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Ich lasse ihn noch ein Wünniger als da über die Klinge springen. Weiß ich nicht. Läu. Mach die da! Oh, du bist wieder dran. Was ist das? Marathon durch das Krankenhaus Ja, das ist so lange Zeit Dann kann ich hier noch nicht führen Dann kann ich hier noch gehen Du bist wohl nicht nach links Nee, du musst geradeaus durch die Tür Mach die Scheiss dir auf! Oh, das ist schon so schön. Oh, das ist schon so schön. Das ist schon so schön. Oh Gott. Ich bin schon so schön. Geh runter. Geh, Krissi. Na klar! Oh Gott! Scheiß Kamerasicht! Oha! Ach, rechts! Du musst Konter an rechts! Ja! Das ist eine scheiß Kamerasicht! Nein, weiß! Au! AHH! WTF?! Ehehländer! Ich kann nicht mal rennen, so. Ja... Ich schau dich! Ich schau dich! Ich hab ne Lappe! Ich hab ne Lappe! Ich würd sie benutzen! Nein! Sorry Frau! Wieso kann ich nicht rennen? Ich schau dich! Ich schau dich! Ich schau dich! Ich schau dich! Ich weiß nicht, dass er so dumm ist. Wir wissen nicht, dass er so dumm ist. Wir wissen nicht, ob diese Fugitives sind. Ich bin nicht so sicher. Hey, du denkst du, dass er die Ventilation kommt? Ja, das ist so. Also, wo er geht? Ich weiß nicht, dass er aufsteht. Ja, er muss schnell sein. Nur eine Erklärung, nicht wahr? Er ist nicht in hier. Er sieht, dass er ziemlich ein Traum ist. Ich glaube, er wird verletzt. Er wird verletzt. Wie geil, weil du bist hier drin. Wirklich? Ich bin gar nicht aufgefallen. Kannst du ja auf die schießen, ne? Nee. Er schießt nur in die Luft. Hm. Ah, jetzt schießt er auf die? Ach so willst du nicht. Nee, der schießt nicht auf die. Nein. Wtf. Wie geht's? Oh, Nee. Da kann man es noch ein Geistieren hat. Na, 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 na... Oh crap. Verdammt. Fertig, Vincent. Fertig. Ah, Leute. Ich versuche es zu schießt. Schüsse. so we'll be close by you see or hear anything suspicious at all you let us know of course officer thank you stay safe we are going to go there Scheiße, ich hab keine Ahnung. Kann ich nicht. Ich würd schon sagen, ich will schnell Waffen aus dem Auto holen! Wer sieht, rette mich! Komm, mach doch was! So muss ich jetzt nicht fahren. Damit ich einsteigen kann, überfall die Polizisten. Oder so. Darf ich rennen? Darf ich rennen? Lass mich, ich muss rennen. Chrissy ist da. Sie holt mich ab! Lass mich los! Geht weg von mir! Lass mich nicht fahren müssen! Bitte lass mich nicht fahren müssen! Ich will nicht fahren! Ich will nicht fahren! Ich will nicht fahren! Ja, danke schön! Beschwerst du dich darüber, dass ich so schlecht fahre? Ich fahre noch schlechter im Game. Du bist sicher ein guter Pilot, oder? Ja, das ist sicher. Komm schon, Mann! Ich weiß, ich bin ein Fan von Heights. Hey, keine Angst. Emily ist ein guter Pilot. Sie war praktisch auf dem Plan. Das ist eine gute Idee. Sehr lange Zeit. Wie geht's dein? Gut. Hey, Leo. Schön, zu sehen dich. Du auch. Also? Du bist ein Freund, ich glaube. Ja. Ich verstehe du bist ein guter Pilot. Na, ich weiß nicht, aber danke. Okay. You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico. Okay. Come on, Harvey. You gotta believe me. I'm telling you the truth. I would never say anything. I would never do that. You know that. I didn't say anything. They tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know you gotta trust me, Harvey. I promise. Please. Let him go. Oh. Thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. You're a good man. Thank you so much. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Hey. Here you go. Hey, Vincent. What was this thing about? Emily, wirklich? Don't even ask. Ich frage mich. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. You crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Wow. Well, technically, you're right. Come on. What do you say? I don't want anything. Chris will springen. Really? Yeah. Will you springen? Oh, God. Of course. Oh, shit. All right, all right. I mean... No rest, no fun. Don't worry. You'll figure it out. On your way down. Wettestens, wenn du am Baum landest. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you're better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily? I'll handle the fuel. All right. Sorry. That's just... It's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. Ja, die Waffen müssen mit rein. Guys, can you please find my logbook? Ja, du machst Tank. Ich mach das Logbuch. Oh, das Logbuch. Stimmt im Büro. Blah, 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 blah. Verdammt, sich gut aus. Was? Du bist potestlich, Kollege. Hey, Guys, I need my logbook. Ja, du brauchst dein Logbuch. Was ist denn? Das ist nicht mal im Büro. Willst du mich verarschen, Vibe? Schon mal was von Ordnung gehört? Achso, da hinten ist hier ein Büro, glaube ich. Oh, nee, da. Hab's. Ach, mein Auge hat gejuckt. I'm sorry. Guys, can you please find my logbook? Ja, chill mal. Ich hab's doch. Here you go. Reinigüte, ey. Gib mir mal mein logbook. Gib mir mal mein logbook. Vincent, get in. Oh, die Kiste ist verschwunden. Oh, die Kiste ist verschwunden. Ich bin überhaupt nicht nervös. Nein. Schau mal, wie ich da rumzampel. Ey, die bin gar nicht nervös. Ne, ne. Ich weiß, ich habe mich über deine Situation mit deinem Frau. Ich könnte mir eine Lösung für dich. Okay. Du solltest sie eine Anzeige schreiben. Was? Schau, ich habe keine Anzeige, aber ich hatte eine andere Situation mit Linda. Ich habe mir eine Anzeige geschrieben. Und es funktioniert. Ich habe es alles gemacht. Und sie hat mir eine zweite Chance gegeben. Ich sage, dass ich eine Anzeige schreibe. Ich sage, dass ich eine Anzeige schreibe. Ich sage, dass ich eine Anzeige schreibe. Ich sage, dass es für mich funktioniert. Ich sage, dass es für mich funktioniert. Aber es muss nicht... Ich sage, dass es eine gute Sache ist. Das alles. Du fahst? Ja, ich bin wirklich nicht der Anzeige schreibe. Ja, 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 ich meine, es war nur eine Idee. Es war nur... Es war nur... Anyway, congrats auf das Baby. Ich bin wirklich glücklich für dich. Danke. Ja. Diese Kommunikation, ey. Hallo, ich bin nervös. Ich suche ein anderes Thema. Ich soll gleich aus einer Klapperkiste springen. Mit dem Schirm. Die ist immer nicht so an, ey. Ich habe das Gefühl, ich fahre jetzt. Ich fühle mich später. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh Gott. Die hat mich rausgeschmissen. Sie hat mich rausgeschmissen. Das ist kalt. Das könnte ich wirklich sein. Okay, wir müssen da hin. Ey, er nutzt mich auf Fortnite. Ich will da hören. Soll ich schon öffnen? Ja. Es geht nicht. Was? Geh! 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 Drück nach unten! Drück nach unten! Grinzi! Ja, ich bin doch gleich da! Wo ist El? El, genau. El? Du bist so eine Nudel, ey. War klar, dass du das wieder nicht in den Kühen... Ich doch nichts dafür! Ich hab gezogen! Ja, stell dich deinen Ängsten! Zuerst schubst sie mich raus? Okay, und dann hab ich meinen Falschirm weggeschmissen. So? Are you gonna tell me or not? Okay, okay, I fell down when I was young. Happy? I wanna know more. Fell down for what? Come on, man! Fell down for what? I fell down from a fucking tree and broke my arm! Stop asking questions! That's it. Okay, okay! What do you mean what I said? I was eight years old! Did you cry? Okay, I found enough! Okay, I found enough! Ja, ich kann nicht anders! Ich tu jetzt nur nach vorne! Ach so, ja nicht nach vorne, dann gehen wir runter! I hate you, man! No, you don't! You got me? Yeah, I got you, Leo! Don't fucking drop me! Hallo, du hast dein Falschirm weggeschmissen! Hallo! I got nix of here! Du klammerst dich an mich wie so'n Klammer-F hier! Ich muss doch nicht erfahren! Erst schubst du mich raus! Take it easy, you're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died! No, you didn't! Let's get going! Oh shit! Du bist so gemeint zu mir! Was hab ich dir getan? Warte, ich will dich angucken! Was hab ich dir getan? Hey, was hab ich dir getan? Erst schubst du mich raus! Und dann lässt du mich fast in den Tod springen! Ich hab dich angefangen! Ich hab dich angefangen! Ich hab dich angefangen! Was willst du drin? Okay, und wie wir uns in Mexiko schlagen? Werdet ihr in der nächsten Folge sehen! Danke fürs Einschalten! Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und über Likes und Kommentare würden wir uns riesig freuen! Und bis denne! Ciao!